Im Oktober 1988 beginnt eine der spannendsten Spionagegeschichten des Kalten Krieges. Es tut sich Geheimnisvolles. In einem Waldstück, irgendwo im Osten Deutschlands. Was hier im Herbst vor fast 30 Jahren mitten im Wald vergraben wird, ist ein US-amerikanischer Spion. Ein kleiner Kasten, randvoll mit hochentwickelter Spionagetechnik. Es war keine Übung, es war kein Spaß, es war keine Testung von irgendwas. Es war tatsächlich amerikanische Spionagetechnik. Und das war ja wirklich eine, muss man sagen, in aller Anerkennung eine geniale Technik, die die Amis da zusammengeschraubt haben. Das Ministerium für Staatssicherheit will diesen geheimen Spion unbedingt finden. Koste es, was es wolle. Echt. Heute mit der Operation Hamster. Ein Meisterstück der Spionageabwehr. Mit exklusiven Zeitzeugen und Bildern, die so noch nie im Fernsehen gezeigt wurden. Der 7. Oktober 1989 in Berlin. Der Mauerfall steht kurz bevor. Aber immer noch wird marschiert. Und der Ernstfall durchgespielt. Und auch die Geheimdienste sind noch voll im Einsatz. Im November 1980 diese Pressekonferenz. Spionageenthüllung in Berlin. Dieses Gerät ist Teil eines hochgezichteten elektronischen Spionagesystems zum Sammeln von wichtigen militärisch verwertbaren Informationen. Das, wie man mittlerweile weiß, einem USA-Geheimdienst gehört, in 30 Zentimeter Tiefe im Boden vergraben wird und damit nahezu unauffindbar ist. Echt hat viele Monate recherchiert, um diese spektakuläre Spionagegeschichte zu erzählen. Wir treffen einen Mann, der hautnah dabei war. Drei Jahrzehnte hat er über die Operation Hamster geschwiegen. Jetzt will er zum ersten Mal vor unserer Kamera sprechen. Also für mich persönlich war das schon was Besonderes. Und wie für viele andere, die auch mit dort dran gearbeitet haben. Von Funkern, Peilfunkern, Ingenieuren, Chemikern, Radiologen. Alle, die da irgendwie mit beteiligt waren. Unser Zeitzeuge lebt inzwischen ein anderes Leben. Deshalb will er unerkannt bleiben. In der DDR war er Mitarbeiter einer Spezialeinheit der Staatssicherheit. Sein Auftrag, feindliche Sender und Spionagefunk zu enttarnen. Man sieht den Gegner nicht mehr. Man hat ihn nicht mehr in menschlicher Form vor sich. Man hat ihn in Form von Technik vor sich. Aber er ist da. Für die Operation Hamster musste er ein halbes Jahr lang jedes Wochenende raus. Jeden Sonntag seine Familie allein lassen. Aber das war es ihm wert. Der amerikanische Geheimdienst, das wusste man, hat auf diesem Gebiet spioniert in der DDR. Und man hat sich einfach dagegen gewehrt. Und es war eine ernstzunehmende Sache. Das musste bekämpft werden. Bis heute erinnert sich der Technikexperte an jedes Detail der Operation Hamster. Alles beginnt mit einem bisher unbekannten Sendesignal. Die zentrale Funkaufklärung der DDR. Hier werden alle Frequenzen überwacht. Wenn etwas illegal oder verboten sendet, wird es erkannt und sofort gemeldet. Und dann, am 6. November 1988, ein Funksignal. Nur ganz kurz. Eine Drittel Sekunde lang. Ist das möglicherweise ein illegaler Spionagesender? Also ein Funker sieht das sofort. Erkennbar ist es erstmal an der Sendezeit. Man weiß es aus der Agentenfunktätigkeit. Die Agenten und deren Technikausstattung der Drang nach immer kürzeren Sendezeiten ist eigentlich permanent vorhanden gewesen. Und hier haben wir eine Sendezeit von 300 Millisekunden. Wie man sich mal vorstellen, ist eine Drittel Sekunde. Und eine Frequenz, die man zuordnen konnte zu einem Spionagesystem. Das geheimnisvolle Signal wird auf der Frequenz 306,450 empfangen. Und das nur einmal pro Woche. Immer sonntags. Dieser Spionagesender versteckt sich zwischen den Sendefrequenzen von Radio, Fernsehen und Amateurfunk. Wenn man dort auf dieser Frequenz was sendet, man stört niemanden. Weder das Rote Kreuz, Polizei, Taxi, Hilfsdienste oder was auch immer. Und man stört auch nicht keinen Funkamateurbereich, weil man liegt außerhalb. Selbst wenn man dort sendet und jemanden stören würde, es würde niemand merken. Man ist also sozusagen allein auf der Frequenz und kann dort eigentlich machen, was man will. Die Männer sind alarmiert. Was hier passiert, ist ein Angriff auf das Gebiet der DDR. Irgendwer oder irgendwas sendet geheime Informationen. Es kann nicht jeder an der DDR rumfunken. Es wurde eine Frequenz benutzt, die wurde nicht zugeteilt. Die war unbekannt, die wurde illegal benutzt. Und dann tritt natürlich die Funkabwehr auf die Tagesordnung. Dann wird es zur klassischen Aufgabe der Funkabwehr, mit geeigneten Mitteln dem entgegenzutreten. Die Zentrale der Staatssicherheit in Berlin, die Hauptabteilung 3, ist schon informiert. Der Fall wird zur Chefsache und bekommt einen Namen. Operation Hamster. Die Frequenz 306,450 wird ab sofort rund um die Uhr überwacht. Wer sendet hier geheime Informationen? Der Geheimdienst der DDR weiß, womit er es zu tun hat. Denn schon drei Jahre zuvor war ein anderes, mysteriöses Funksignal entdeckt worden. Schnell war klar, dahinter verbirgt sich ein Funkspion. Aber wo ist er versteckt? Wo genau ist er vergraben? Ein Doppelagent verrät schließlich den genauen Lagerort. Dieser Originalfilm zeigt, wie der Sender im Mai 1985 gehoben wird. Bei der Bergung der Feintechnik wurde unter anderem berücksichtigt, dass möglicherweise Alarmsignale abgestrahlt oder Einrichtungen zur Selbstzerstörung ihres Grundkörpers ausgelöst werden. Warum wurden solche technischen Spione vergraben? Welche Informationen sammelten die dazugehörigen Bodensensoren? Und wer steckte dahinter? Die Antworten auf diese Fragen kennt dieser Mann. Militärhistoriker Dr. Heiner Bröckermann. Wir treffen ihn in Potsdam. Die Sonden selber waren deshalb so hervorragend, weil sie einfach Fakten, Fakten, Fakten geliefert haben. Und zwar Tag und Nacht. Mehr oder weniger unabhängig vom Wetter. Und unabhängig von vielleicht der ein oder anderen Stimmung oder Einstellung eines Spions, der das Gleiche gesehen hätte. Die Sonden sammelten geheime Informationen. Im Kalten Krieg wollten die US-Amerikaner wissen, welche Waffen die NVA und die Sowjets wo in Stellung bringen. So auch der Funkspion von 1985. Er lag in der Nähe von Eberswalde bei Berlin. Die US-Amerikaner überwachten hier eine strategisch wichtige Verbindungsstrecke. Und zwar zwischen dem sowjetischen Militärflug Platz Fino und dem Munitionslager Biesenthal. Und genau hier wurde die Sonde platziert. Diese Sonde konnte aufklären, wie viele Fahrzeuge fahren in das Munitionslager, wie viele Fahrzeuge verlassen das Munitionslager. Sind es vielleicht einzelne Fahrzeuge, ist es eine ganze Kolonne. Und aus diesen Informationen konnte man entnehmen, muss man sich Gedanken machen. Macht da jemand mobil? Führt jemand eine größere Übung durch? Wird Munition von einem Ort zum anderen verlagert? Das Funktionsprinzip ist relativ einfach. Es werden alle, vor allem seismischen Erschütterungen im Boden, aufgefasst. Sie werden teilweise in diesen Sonden verarbeitet schon, gesammelt und einmal die Woche mit einem Funkstoß in den Weltraum geschickt. Die Sonden liegen also gut versteckt unter der Erde. Und zwar immer dort, wo Militärkolonnen über die Straße rollen. Die gesammelten Informationen werden zu einem Satelliten geschickt. Und solche geheimen Militärinformationen sammelt und sendet auch die Sonder, die im Oktober 1988 im Boden verschwindet. Irgendwo zwischen Ostsee und Erzgebirge. Wie soll die Funkabwehr jemals diese Stelle finden und den Spion aufspüren? Die Funkaufklärung der DDR steht vor einem Rätsel. Woher kommt das Signal? Aus dem eigenen Land? Aus Polen oder der Tschechoslowakei? Die Operation Hamster wird gestartet. Absolute Priorität, höchste Geheimhaltung. Die Herausforderung ist gewaltig. Wie einen Sender finden, der nur einmal in der Woche ein kaum wahrnehmbares Signal von sich gibt. 300 Millisekunden lang. Dies ist schon nicht ganz harmlos. Dies ist schon extrem kurz für Peiltechnik, für Empfangstechnik und auch für menschliche Reaktionen. Muss man da schon alle sieben Sinne Konzentrationskraft und Willen dazunehmen, sich dem zu stellen. Nicht nur, dass es die Technik macht, nein, der Mensch muss auch mitmachen. Und 300 Millisekunden ist wirklich nicht viel. Bis jetzt weiß die Funkabwehr nur, es passiert immer sonntags. Aber wann genau? Wie also kann man die Sendezeit ganz präzise bestimmen? Jetzt schlägt die Stunde der Mathematik. Und die Rechengenies schaffen das fast Unmögliche. Aus den aufgezeichneten Sendungen bestimmen sie den zukünftigen Sendeplan auf die Sekunde genau. Also der Algorithmus war erkennbar. Aber ich muss sagen, meine mathematischen Erkenntnisse reichen bis heute nicht aus dafür, um dort einen Sendeplan zu entwerfen. Aber es gab Mitarbeiter, die konnten das. Für den ziehe ich mir einen Hut. Es gab nicht eine reguläre Fehlsendung. Der Sendeplan stimmte auf, genau auf die Sekunde genau. Und das über alle Sendungen. Die Staatssicherheit der DDR weiß nun ganz genau, wann der Hamster sendet, aber nicht von wo. Jetzt startet ein Lauschangriff, der die gesamte Funkabwehr der DDR mobilisiert. Und Volker Liebscher ist hautnah dabei. Wir treffen Volker Liebscher auf dem Flugplatz Berlin-Gato. Vor einer Antonov 26. Sein damaliges Arbeitsgerät. Der gelernte Mechaniker kam schon als 19-Jähriger zur Spionageabwehr der DDR. Als Mitglied der Spezialfunkdienste war er Teil der Operation Hamster. Aus der Luft soll er die Sonde aufspüren. Das hier sind Originalaufnahmen mit Volker Liebscher an den Empfangsgeräten. Wir haben nur auf einen bestimmten Moment gewartet. Du warst anderthalb Stunden in der Luft oder zwei Stunden nur wegen einer einzigen Sekunde. Das ist ganz schön aufwendig. Dieser Maßnahmeplan vom 16. Januar 1989 zeigt genau, auf welchen Routen geflogen wurde. Es ging von Speerenberg nach Großenhain, von Cottbus nach Dresden, von Stendal nach Falkensee und von Gotha nach Zwönitz. Und die ganze Zeit wird diese eine Frequenz überwacht. Oftmals hat man oben während der Fliegerei das nicht mal gehört. Es ist so kurz und man hat so einen hohen Geräuschpegel in so einem Flugzeug. Dazu so eine Militärmaschine, die ist ja nicht so geräuschgedämpft wie heutzutage ein Passagierflugzeug. Da ist alles ein bisschen lauter. Sodass man erst im Nachhinein unten durch Abhören des Bandes festgestellt hat, aha, zu der und der Zeit, wie vorgesehen war, war tatsächlich ein Signal. Und wir haben uns zu diesem Zeitpunkt an diesem Punkt über dem Territorium befunden. Anhand der Signalstärke können die Spezialisten ermitteln, wo sie weitersuchen müssen. Aus unseren Kenntnissen über Ausbreitungsbedingungen von solchen Funksendungen können wir also sagen, das könnte ungefähr dort sein oder dort sein. Und so gelingt endlich, nach drei Monaten, eine erste konkrete Eingrenzung auf ein Gebiet südlich von Frankfurt an der Oder. Ein ganz wertvolles Ergebnis war zu sagen, es liegt in der Mitte der DDR rechts an der polnischen Grenze. So. Und das war, also das war schon ein Ergebnis, auf dem konnte man weitere Maßnahmen ableiten und weitere gezielte Handlungen in die Wege leiten. Irgendwo hier unten liegt eine kleine unscheinbare Sonde vergraben. Auf einer Fläche von 30 mal 30 Kilometern. Ab jetzt beginnt die Suche nach der Nadel im Heuhaufen auf einer Fläche von 900 Quadratkilometern. Gesucht wird ein kleiner Kasten, nicht größer als ein Schuhkarton. Und das Ministerium für Staatssicherheit selbst hat die Suche damals filmisch nachinszeniert. Einmalige Bilder, die so im Fernsehen noch nie gezeigt wurden. Einige Agenten tarnen sich als Mitarbeiter der Post. Das Ziel der Bodenoperation ist klar. Die Position der feindlichen Sonde muss immer weiter eingegrenzt werden. Es ist eigentlich keine Woche vergangen, wo Stillstand herrschte. Es kam immer und wenn man nur ein paar Kilometer gewonnen hat, dann war das schon was. Nach einem Monat gelingt die weitere Eingrenzung. Fünf mal fünf Kilometer östlich von Besko, gleich neben Krügersdorf. Hier liegt auch ein Munitionslager der NVA. Ein lohnendes Ziel für eine Spionageaktion. In das kleine, verschlafene Krügersdorf kommt Leben. Denn hier tauchen jetzt die Agenten der Funkabwehr auf. Operation Hamster in Krügersdorf. Da fällt man natürlich auf. Immer Sonntagsvormittags muss man sich wirklich vorstellen, Dörfer, da ist Sonntagsvormittags nichts. Da ist Ruhe. Wenn man da mit einem PKW durchfällt, stört man die idyllische sonntägliche Ruhe. Das waren dann aber keine PKWs, die da gefahren sind. Da waren dann schon viele Militärfahrzeuge unterwegs und zivile Fahrzeuge unterwegs und alle zu diesem Ort immer Sonntagsvormittags. Da kommen natürlich Fragen. Mitten im Dorf ein Barkas, in dem Menschen für viele Stunden verschwinden. Kein gewohntes Bild im kleinen Krügersdorf. Und da haben wir halt auch zu solchen Sachen gegriffen, dass nicht immer wieder das gleiche Fahrzeug dort auftaucht und immer wieder an der gleichen Stelle steht zur gleichen Zeit. Da wurde halt das Fahrzeug auch mal unter eine Plane gesteckt und auf einen Lkw gepackt. Da war aber das gleiche Fahrzeug mit der gleichen Technik drin und da wurde halt dann mit dem Lkw durch die Gegend gefahren mit dem Fahrzeug drauf. Im Wald um Krügersdorf werden jetzt mobile Peilantennen aufgestellt. Auch hier überwacht die gesamte Technik die eine Frequenz 306,450. Und tatsächlich. Da ist es wieder. Wer genau hinsieht, erkennt die Form einer Ellipse. Mit einem aufwändigen Peilverfahren wird das Gebiet noch weiter eingegrenzt. Das Ergebnis sind diese 400 mal 400 Meter. Die Sonde liegt sehr wahrscheinlich an der Straße zum Munitionslager der NVA. Hier, irgendwo im Wald, muss die Sonde vergraben sein. Denn das Signal wird jetzt immer stärker. Die Messtechnologien sagten aus, du befindest dich fast in der Nähe einer sehr starken Sendequelle. Aber wenn du dich hier umguckst, du hast ja nur Wald vor dir. Da ist nichts. Da ist nicht mal ein Trafo-Häuschen, da ist kein Stromkabel, da ist kein Telefonkabel, da ist nicht mal eine Straßenbeleuchtung. Da ist überhaupt keine Energiequelle irgendwo in der Nähe, die man hätte benutzen können, um so ein Signal erzeugen zu können. Mitten aus dem Wald. Wie kann das sein? Allen Spezialisten vor Ort ist klar, dass sie der Sonde näher kommen. Aber gerade jetzt wird die Suche nicht leichter, sondern immer komplizierter. Denn die Männer sind nun so dicht dran, dass das Signal jetzt einfach zu stark ist. Ratlosigkeit vor Ort und das so kurz vor dem Ziel. Es gab auch schon Momente, wo wir mit Infrarotgeräten durch die Gegend gelaufen sind. Es gab auch Wärmekameras, die wir in der Hand hatten. Aber das waren natürlich, das waren alles, sagen wir mal, ja, nicht zielführende Methoden. Und dann eine neue Idee. Warum nicht einfach Metall-Suchgeräte einsetzen? Eine sehr akribische Arbeit. Jeder Quadratmeter muss abgegangen und dokumentiert werden. Die Aktion dauert tagelang. Und dann tatsächlich ein Ausschlag. Sprang tatsächlich ein Gerät an und fand etwas Größeres. Und dann kam natürlich schon hoch. Was ist das, was da gefunden worden ist? Das könnte durchaus schon, wenn man jetzt mal böswillig denkt, tatsächlich, ich sag mal, ein Berührungssensor für irgendeinen Sprengsatz gewesen sein. Also Vorsicht! Was ist das? Es war nichts Natürliches. Es war ein metallischer Gegenstand. Es konnte allerdings sehr schnell festgestellt werden, es handelt sich um eine Taschenlampe westlicher Produktion, die einfach nur die Funktion der Taschenlampe hatte und funktionsfähig war. Eine Taschenlampe aus dem Westen. Ein entscheidender Hinweis. Jetzt müssen sie der Sonde schon sehr nahe sein. Und dann schlägt der Metalldetektor wieder an. Das war ein Fund, also der war außergewöhnlich. So reagiert kein Waldboden. So reagiert auch keine Taschenlampe, das muss etwas Größeres sein. Der feindliche Spion ist gefunden. Es ist der 26. Februar 1989, fast vier Monate nach dem Aufspüren des ersten Signals. Man weiß nicht so richtig, was einen erwartet. Wo es einen erwartet, wann es einen erwartet, was ist das, wenn man sich dem Gerät tatsächlich nähert. Wenn man anfängt, tatsächlich in der Nähe rumzubuddeln, ob das Ding einen Selbstvernichtungsmechanismus hatte. Einen anderen Mechanismus, der irgendwas zerstört, war zu dem Zeitpunkt völlig unbekannt. Die Sonde wird beobachtet, in der Hoffnung, einen Agenten zu enttarnen. Niemand lässt sich blicken. Im Herbst 1989 wird entschieden, sie auszugraben. Ein Job, um den sich keiner reißt. Aber einer will zu Ende bringen, woran er seit Monaten arbeitet. Jetzt ist es soweit. Jetzt kommt der Moment und da haben halt zwei Mitarbeiter, einer von denen durfte ich sein, das Gerät tatsächlich ausgegraben. Mit allergrößter Vorsicht nähern sich die beiden Männer der feindlichen Spionagetechnik. Offenbar keine Sprengfalle. Alles geht gut aus. Der feindliche Spion ist endgültig enttarnt. Eine gute Nachricht für die Zentrale in Berlin. Hier, im Herzen der Staatssicherheit, wird der Fund stolz präsentiert. Gleich mehrere Hauptabteilungsleiter lassen es sich nicht nehmen, die Sonde persönlich in Augenschein zu nehmen. Die Sonde kommt in eine Spezialabteilung zum Röntgen. Jetzt will die Staatssicherheit natürlich wissen, was sich im Inneren des Kastens verbirgt. Ist hier vielleicht doch noch eine Sprengfalle versteckt? Hinter einer Plexiglassscheibe wird die Sonde aufgebohrt und dann endlich geöffnet. Das sind die Originalbilder. Was in dem Moment erkennbar war, es war ein Gerät, was in sich als homogenes Ganzes funktioniert haben muss. Es gab kaum Schraubverbindungen, das ganze Ding war alles nur verklebt. Es war schon, ja es war Hightech auf diesem Gebiet, was in dieser Zeit überhaupt zu machen war. Erste geheime Informationen werden noch ausgelesen, aber die Analyse der Sonde kann nicht abgeschlossen werden. Denn das Ministerium für Staatssicherheit hat schon bald ganz andere Sorgen. Ab Herbst heißt es Amt für nationale Sicherheit und gleich bei der allerersten Pressekonferenz versuchen die Mitarbeiter aus der Operation Hamster Kapital zu schlagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zum ersten Pressegespräch des Amtes für nationale Sicherheit. Ein solches elektronisches Aufklärungsgerät wurde in diesem Herbst im Bereich eines Objektes der Nationalen Volksarmee im Bezirk Frankfurt-Oder durch die Spionageabwehr geborgen. Bis heute bleibt die Operation Hamster geheimnisvoll. Westdeutsche und amerikanische Geheimdienste hüllen sich in Schweigen. Was bleibt, ist ein faszinierendes Stück Spionagegeschichte. Wenn man sich die Geschichte ansieht, der Auffindung dieser Sonde, dann ist das ein bisschen wie im Krimi, wie Polizeiruf 110. Da piepst einmal an einem Sonntag, jemand merkt das, er meldet das, die anderen pegeln ihre Peilgeräte darauf ein. Das Netz wird immer enger gezogen, immer, immer enger. Am Ende weiß keiner, wie soll es weitergehen technisch. Und dann kommt einer auf die rettende Idee, man nimmt hier Minensuchgeräte, man geht in den Wald und sucht. Also das ist ein, sagen wir mal sagen, ein Meisterstück an Findigkeit, an Organisation. Und am Ende kommt heraus, ja, da ist etwas gewesen. Wir haben es gehört, da ist es, es liegt auf dem Tisch. Die andere Seite ist natürlich, dass mit der Aufdeckung der Sonde ein, ja, im Grunde ein großes Versagen offensichtlich wird. Denn wie kann es sein, dass in der DDR, wo man 100 Prozent alles unter Kontrolle haben wollte, ein Netz von amerikanischen Sonden existiert, das Nachrichten unkontrolliert in den Weltraum sendet und damit etwas verrät, was eigentlich ja die Spionageabwehr verhindern sollte. Die Spezialisten der Funkabwehr aber lernen schnell. Und schon im Januar 1990 gelingt ihnen der nächste und letzte Kuh. Eine Sonde bei Irfersgrün in Sachsen sendet nur fünfmal. Dann, nach nur sechs Wochen, wird sie enttarnt und geborgen. Offenbar ein Nachfolgemodell des Funkspions, den die Operation Hamster ans Licht gebracht hatte. Übrigens, rein technische Spione, wie sie die Operation Hamster aufgespürt hat, gibt es auch heute noch. Mehr dazu auf unserer Website. Und wir sehen uns in 14 Tagen wieder bei Echt. Bis dahin, ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020